Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Der Asarium. Hey, Dacot. Südlicher Außenposten des Zwergenkönigs. Zwergenkönig? Ihr von einem Zwergenkönig gehört? Nein. Ihr meint bestimmt den alten Murzognir. Der Mistkerl herrschte einmal über die Menschen in der Gegend. Hat sich nördlich von hier eine Burg gebaut. Eine Zwergenburg? Wie sieht sie aus? Ihr habt doch selbst Augen und Beine, oder nicht? Ihr solltet aber vielleicht aufrüsten, bevor ihr losgeht. Der alte Murzognir war bekannt für seine Sammlung tödlicher Kreaturen. Keine Ahnung, wer sich jetzt darum kümmert. Er sollte die Stülperei meines Bruders beheben. Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Ich meine, jetzt irgendein kleiner Blitz-Effekt. Wow, was ist denn das? Alter! Leck! Das war echt ein Kinderspiel. Der Klazer, der Klazer, das war ein Kinderspiel. Ich habe nur alle Rune verbraucht, die wir hatten, ne? Um die fertig zu machen hier. Welten, Schlangen, Schuppen wieder. Was ist den Leuten zugestoßen? Folge den Hinweisen. Mal sehen, also. Brandspuren. Sie sind in Gruppen versammelt. Sie haben sich vielleicht für etwas versteckt, das Feuer spalten. Aber gestorben sind sie trotzdem. Was ist denn? Klenner, ein bisschen schneller. Alter. Ich weiß nicht. Kenner Resident Evil, ähm, ist allererst auf der Playstation 1? Da bin ich damals aber so verschrockt vor der Hunde, die durch die Scheibe gesprungen kommen sind. Was sind denn jetzt? Ah. So weit zurückgesetzt, okay. Oh, komm. Was ist den Leuten zugestoßen? Folge den Hinweisen. Mal sehen, also. Brandspuren. Sie sind in Gruppen versammelt. Sie haben sich vielleicht für etwas verstecktes Feuerspalt. Aber gestorben sind sie trotzdem. Da, vor sieh! Ah. 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 Das war echt ein Gitterkönig. Junge. Jawohl. Verflucht sei der Zwergenkönig. Geisel der Menschheit. Klingt, als wäre er kein guter König gewesen. Warum haben Sie ihn wohl so gehasst? Jetzt sind sie tot. Spielt es eine Rolle? Nein. Ich bin bloß neugierig. Neugierde ist gefährlich, Junge. Konzentrier dich. Das lässt er uns jetzt nicht vor. Wow. 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 Neues Schöpfchen. Neues Schöpfchen. Was ist das? 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 Ich höre Christopher Star Effect. mit dabei! hier junge ja wer das wohl geschrieben hat vorsicht vor dem drachen ja 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 Oh, was hat denn der für erleichtert, Pauline? Oh, was ist hier los? Warum? Ja, der Drache ist angekettet. Oder habe ich doch hier was vergessen? Muss ich doch hier lang? Oh, was ist hier? 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 Oh, was ist hier für die ganze Zeit in zusätzlich aufpassen? Oh, was ist hier? Oh, was ist hier? Oh, was ist hier? Oh, was ist hier? Ich bin ein Gräber hier. Und eine kleine Siedlung. Oh, ich glaube das war doch eine ziemlich große Siedlung. Geht's nicht mehr. Das ist Farbein. Neh, 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 neh. Nur mal die Kette runtergeworfen. Neh, 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 neh. 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 Ich will nur die 4 navarren. Okay, ich bin der Vorratsgang, die Siegel sind vom Drache, aber anscheinend war das diese Truhe da offen. Was ist dort mit aussichert, weiß ich auch noch nicht. Muss ich mal auf Screen gucken. So, jetzt gehen wir nochmal zu den Instant Killer da. Hubspringen. Geht nach. Greifen wir an. Mist, kann auch nicht. Geht nach. Geht nach. Geht nach. Geht nach. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Was geht hier ab? Du bist ein Mann. Wie groß ist das, was Doro jetzt rauskommt? Ich glaube, hier kommen wir durch. Was steht da, Juna? Trua. Es bedeutet, zu glauben oder auf etwas zu vertrauen. Also haben Sie noch an Ihren König geglaubt? Selbst nachdem so viele gestorben waren? Es ist ein Befehl, trotz seiner Fehler an ihn zu glauben. Konzentrieren, Junge! Den dringend, Junge! Ich kann losgehen. Hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Hier ist noch eins.